Na, Bärchen, hast du dir schon überlegt, wo wir am Hochzeitstag hingehen? Na, wir gehen essen, wie immer. Oh, wie jedes Jahr. Können wir nicht mal irgendwo eine Nacht verbringen? Kannst du aber. Mach mal was Schönes. Wie wär's mit einer Nacht im Mediamarkt? Gut, damit kann ich leben. Mist, ich glaube, ich komme nicht neu. Dazu müssen wir irgendwie die Jury überzeugen. Okay, alles klar. Doch nicht so. Mit deinem Lächeln. Ach so.